Das hier ist das Labor Null. Eventuell kriegen wir heute Antworten auf all unsere Fragen, die wir hier in Zunde Null haben. Und damit willkommen zurück zu eventuell einem Bosskampf. Ich spawn in der Luft. Ich kann rausklettern aus diesem... Es wirkt wie so ein riesiger Lüftungsschach oder wie so ein Abwasserkanal. Okay, ich spawn wieder einfach in der Luft. Ähm... Na gut, dann müssen wir da wohl durch. Was zum... Menschliche Präsenz im Labor Null erkannt. Da ist sie. Sie scheint nicht menschlich zu sein, oder? Oh, Emma, das wird deaktiviert. Sie ist ein Cyborg. Ein Roboter. Hallo, Maike. Danke, dass du gekommen bist. Das andere Choraidon. Meisterball? Zurück mit dir. Was... Was geht hier ab? Dieses Pokémon ist weitaus aggressiver als das Exemplar, das du bei dir hast. Dein Choraidon ist aus Zunde Null geflohen, weil es einen Revierkampf verloren hat. Okay, okay. Das ist aber das Angst. Ich wünsche, es gibt da etwas, für das ich mich bei euch entschuldigen muss. Ich bin nicht die echte Professor Antigua. Wer sind sie dann? Ich bin eine künstliche Intelligenz, die von der Professorin basierend auf ihrem Wissen und ihren Erinnerungen geschaffen wurde. Kurz gesagt, ich bin eine Maschine, die von einer KI gescheuert wird. Die echte Professorin, mein Original, ist bei dem Unfall in der Observationsstation 4 ums Leben gekommen. Ums Leben gekommen? Das Problem trägt keine Schuld. Mein Original hat seine Stärke unterschätzt. Die Professorin wollte Choraidon um jeden Preis schützen. Sie wollte, dass es ein glückliches Leben führen kann. Deshalb opferte sie sich selbst. Schon vom Augenblick an, als Direktor Clevel uns auf meinen Wunsch hin bekannt machte, sprachst du mit mir, Antigua's KI. Maike, bitte höre mir aufmerksam zu. Ich habe dich nach Zunde nur gebeten, weil ich dich um einen letzten Gefallen bitten möchte. Es geht um folgendes. Ich will, dass du die Zeitmaschine abschaltest, die von meinem Original geschaffen wurde. Deine Fragen werde ich im Fahrschuh beantworten. Folge mir bitte. Die Zeitmaschine zerstören? Also, dass sie ein Roboter ist, wundert mich nicht, aber wow, die ist einfach gestorben, die Mutter. Ich meine, Peppa mochte sie sowieso nicht, aber ist trotzdem hart. Und willst du mich veräppeln? Ich habe hier meine Pokémon vorhin heilt mit Items. Das ist, ja, cool. Naja, kostenlose Heilung nehme ich trotzdem mit, wenn ich sie bekomme. Auch wenn der Sound gerade komisch war. Energiekapsel, eine kapselvolle Energie. Geht man sich dem Pokémon mit einer bestimmten Fähigkeit zum Tragen und was. Okay. Was macht sie denn hier? Kopizzi und was. Du kannst seltsame Klumpen in der Maschine erkennen, die wie Felsen aussehen. Wir begeben uns nach unten. Steig bitte ein. Okay. Boah, hier rieche Gänsehaut. Egal wie buggy das Spiel ist, das hier ist echt eine gut gemachte Szene. Es ist eine große Erleichterung für mich, dass du gekommen bist, Michael. Ich werde alle deine Fragen beantworten. Was möchtest du wissen? Was ist diese Zeitmaschine? Die Zeitmaschine ist ein Gerät, an dem mein Original und ich gemeinsam gearbeitet haben. Mit ihr ist es möglich, Pokémon in ein anderes Zeitalter zu schicken, um dort Pokémon zu fangen und sie in der Gegenwart zu transportieren. Professor Antiqua war zu Lebzeiten stets vor Pokémon aus anderen Zeitaltern fasziniert. Insbesondere von Pokémon aus der Vergangenheit. Auch jetzt ist die Zeitmaschine noch aktiv und holt weiter automatisch Pokémon aus der Vergangenheit zu uns in die Gegenwart. Hat das ganze Spiel irgendwas mit Pokémon Legends zu tun? Da kam ja auch einfach Pokémon aus dem Nichts. Neue Pokémon aus dem Nichts, aus dem schwarzen Loch. Möchtest du noch was anderes fragen? Was mit der echten Professorin passiert? Wie bereits gesagt, mein Original zählt nicht mehr. Der Körper der Professorin wurde bei einem Unfall in der Observationsstation beschädigt und war nicht länger in der Lage, lebensnotwendige Funktionen aufrecht zu erhalten. Diese Tatsache wird für ihren Sohn Pepper sicherlich nicht leicht zu akzeptieren sein. Anstelle meines Originals bin nun ich für die Leitung und Instandhaltung des Labors Null zuständig. Und du bist eine KI, sagst du? Genau, eine KI ist eine von Menschen geschaffene, künstliche Intelligenz. Meine Gedanken sowie Handlungen werden basierend auf dem Wissen und den Erinnerungen meines Originals berechnet. Diese Berechnungen sind es, was diesen mechanischen Körper, der der Professorin nachgebildet wurde, steuert. Der derteilige Stand der Wissenschaft erlaubt es der Menschheit eigentlich noch nicht, eine solch fortgeschrittene KI-Technologie zu schaffen. Doch die Kristalle hier im Labor Null ermöglichen es. Das bedeutet allerdings, dass ich diese Einrichtung nicht verlassen kann. Was wollen sie erreichen? Mein Original träumte von einer Welt, in der Pokémon aus der Vergangenheit und Pokémon aus der Gegenwart im Einklang leben. Doch die primitive Urkraft, die diesen Wesen aus der fernen Vergangenheit innewohnen, ist zu brutal, um unkontrolliert zu bleiben. Ihre bloße Existenz hier zerstört die Ökosysteme der Gegenwart. Die Haltung meines Originals dazu war, dass auch das der Lauf der Natur sei. Fürs Erste hält die Barriere um zu der Null die Pokémon aus der Gänge Vergangenheit im Schacht und lässt sie nicht in den Rest Paldeas vordringen. Aber nun sind Pokémon wie Riesenzahlen erschienen, die imstande sind, die Barriere zu durchbrechen. Die Mauern von zu der Null werden nicht ewig halten. Früher oder später werden die Pokémon ausbrechen und den Paldea einfallen. Und das würde die Vernichtung von unzähligen Habitaten und Ökosystemen nach sich ziehen. Ich mag zwar nur als ein Abbild eines Originals geschaffen worden sein, doch ich halte es für unlogisch, eine solche Tragödie einfach geschehen zu lassen. Um all das zu verhindern, ist es allerdings nötig, die fortgeschrittenste KI zu bezwingen, welche die Professorin je entwickelt hat. YouTube? Meike, ich weiß, wie stark du bist. Bitte setze deine Kraft ein, um meinen... um den Traum der Professorin zu zerstören. Ja. Ich danke dir. Wir sind im untersten Stockwerk angekommen. Aber warum hat die denn eigentlich vorhin rumgeglitscht? In der Station. Boah, die Texturen. Was ist mit denen los? Wow, das ist trippy. Wow. Schau nur, das ist sie. Das ist die Zeitmaschine, die wir mit der Energie der Terra-Kristralisierung perfektioniert haben. Okay. Äh. Ja. Cool. Wieder, wieder weg. Das geht? Nein, das war ein Witz. Nein. Nein, das wollte ich nicht. Lass mich jetzt zurück. Was bringt mir das jetzt überhaupt wieder zurück zu gehen? Weil ich mich doch heilen möchte? Oh, heil? Heil, das bin ich? Heil? Ich starre euch ganz tief in die Seele. Weil ich sehe, dass der Like-Button noch nicht gedrückt wurde. Naja, okay, komm. Ich will wissen, was hier jetzt abgeht. In der Zeitmaschine können wir einfach... Ne, das wäre zu krass. Um die Zeitmaschine zu deaktivieren, benötigst du das Karmesin-Buch, in das die ID der Professorin eingebunden ist. Es sieht ihr ähnlich, diesen letzten Schlüssel in das Buch zu integrieren, das ihr schon seit ihrer Kindheit so viel bedeutete. Wenn du das Karmesin-Buch auf dem Sockel platzierst, kannst du also die Zeitmaschine anhalten. Allerdings gibt es ein Problem. Sobald du versuchst, die Maschine abzuschalten, werde ich vermutlich angreifen. What? Da ich letztendlich eine KI bin, wird das Programm meinen Willen überschreiben. Dadurch werde ich zu nichts weiter als einem Kampfroboter, der nur dafür existiert, Eindringlinge zu beseitigen. Mein Kampfprogramm basiert auf analysierten Kanaten aller Kämpfe, die von den Charms Paldeas ausgetragen wurden. Ich finde es nett, dass ihr uns zumindest warnt. Eine praktisch unbesiegbare KI. Doch ich glaube daran, dass du durch die starken Bande zu deinen Pokémon siegreich sein wirst. Ei, ei, ei. Platziere das Karmesin-Buch auf dem Sockel, sobald du bereit für den Kampf bist. Okay. Möchtest du das Karmesin-Buch auf dem Sockel platzieren? Okay, let's fight. Das wird uns heftig. Original-ID von Professor Antiqua erkannt. Zugriff gewährt. Notabschaltung der Zeitmaschine wird... Bitte wann? Bitte wann? Bitte wann? Zugriff war Weigert. Zugriff war Weigert. Notabschaltung wohl abgemachelt. Zeitmaschine wird neu gestartet. Du weißt, was zu tun ist, Michael. Antifika KI wird in Ruhe und ist versetzt. Offensivprotokal wird ausgefährt. Aber bündelt sich die Stadt hier. Was zum Teufel? Bitte besiege mich. Eins-Raum. Nein, nein. Stöhne-Ele-Buch. Müssen entfährt werden. Alter, was? Die Antiqua KI fordert dich heraus. Und sie hat das Choralldornen. Stimmt's? Nein! Griefflug ein neues Pokémon. Es sieht aus wie ein... Wie hieß denn das Ding? Kramort oder so? Ich hab's vergessen. Das ist die 4 aus Stand 5. Was du bist, ist relevant. Irgendliche Störnträger müssen entfernt werden. Die dreht komplett ab. Was für ein Typen hat das Ding. Es könnte ein Käfer sein, oder? Ich tue mal meinen Feuerpummern raus, weil ich denke... Oh nein, das würde mehr Sinn machen. Weil es könnte ja auch Feuer... Na, okay, nee. Jetzt macht's keinen Sinn mehr. Feuer kannst. Ich bin verwirrt. Aber eventuell... Spüre die Macht der Antike. Überwältigend empfindest du nicht? Hier ist so komisch. Fußtritt. Nein! Nein! So Titan! Das Gehirn eines Menschen ist meiner taktischen Gartenbeige in der Hinsicht unterlegen. Hat sich nur neue Pokémon, die wir noch nicht gesehen haben? Das Ding haben wir auf jeden Fall noch nicht gesehen. Was geht zum Teufel hier ab? Sechs Pokémon vor allem. Und schaut mal, wie overlevelt das Ding ist. Für 16,60. Sie wird, glaube ich, der schwerste Kahn vom ganzen Spiel, Freunde. Faszinierend. Du erkennt sie, welchen eines Pokémon ist in der Vergangenheit? Nein, aber ich konnte es mir einfach denken. Ja, daneben. Perfekt. Boah, nee. Jedes einzelne Club, was wir bekommen können. Jetzt ist Gleichstand. Das war schlimm. Einfach aus dem Nichts. Wo war es die ganze Meisterbälle? Da kommt Wutpilz. Da können wir drin bleiben. Wutpilz kennen wir schon. Wirklich alle in Weißabellen gefangen. Wir haben selber noch keinen Meisterbälle beim ganzen Spiel bekommen. Aber vielleicht ja nach dem Kampf. Oh, die halten einiges aus. Und, boah, was? Nein, das Ding hat Gegenstoß. Dammit. Und sie tighten es down. Ah, mies. Okay. Okay. Dann tue ich super rein. Oh Gott, Leute. Das wird ein heftiger und schwerer Kampf. Aber ich habe noch Top-Beleber. Die sollten reichen. Hoffentlich. Vielen da. Bam, 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 bam. Sandfell? Das hört sich an nach einem Wasser- oder Boden-Pokémon. Hört sich mal. Meinen altbekannten und besten Freund Delphi-Man. Rein. Wow, was? Was? Ein Magneton. Aber es steht am Boden. Das ist nämlich ein bisschen an das neue Tentagra. Das Tentagra. Boah. Krass. Und das ist nämlich ein bisschen an Alola-Kleinstein. Hat auch so Stacheln dran. Wahrscheinlich das... Oh, war das ein Elektro-Bugmann bestimmt, oder? Boden. Nee. Gestein? Okay, es killt mich nicht instant. Okay. We've dodged the bullet here. Ah, Junge, das ist ein cooles Design. Wunderwild, das ist wirklich cool. Sandfell. Flatter, kennen wir schon. Leider weiß ich einen Typen nicht mehr. Was war das nochmal? Faegeist war das. Aber dagegen habe ich nichts. Verdammt. Bellyball, du musst aushalten. Ich muss Top-Beleber bei meinem Feuer-Pokémon einsetzen am besten. Ich glaube, die restliche Folge wird nur durch dieser Kampf. Kann das sein? Die Hälfte haben wir schon. Nur weil wir das Pokémon hier kennen, heißt es nicht, dass wir es auf die leichte Schulter nehmen sollten. Wie gesagt, das Ding ist... Übertrieben stark. Und Spukball alleine wird uns jetzt schon ziemlich umhauen. Und wisst ihr was? Ich probiere es einfach mal mit Voltwechsel. Bitte kill mich nicht, bitte kill mich nicht. Ja! Voltwechsel wird funktionieren. Wird zumindest treffen. Haia! Kompli-Animation, irgendwie, aber wunderbar. Dann drüber wechseln. Auf am besten Takoko. Und hoffen, dass Spurde... genug Damage macht. Aber das hat mich nicht stark, ne? Und leider wird mich spukbar jetzt wahrscheinlich One-hitten. Ich habe gedacht, weil Takoko ist ein Starter. Fährchen ist ja krass genug, dass es das aushält. Aber leider nicht. Leider... Im Gottesnamen nicht. Aber vielleicht kann ich mit der Priority-Attack nochmal reinhauen. Sprich mit Düsenheap. Ja, tue ich! Wow! Krass! Habe ich nicht erwartet. Brüschweif? Oh, Pummelduf, Pummelduf. Das ist... Chicagelypuff! Chicagelypuff! Aber leider ist Farigiraf das einzige Pokémon in so einem Team, was gerade noch nicht... ...schwach ist. Oder zumindest geschwächt wurde. ...Pummelduf ist nur stark. Nein, okay, das stimmt nicht. Es ist ein Tank. Und es ist stark. Aber mit genug Willen kriegen wir das auch noch down. Ganz ehrlich, ich nutze die Runde um... ...Steuerung? Ich kann nicht nach unten scrollen. Das geht nicht. Ich kann noch links und rechts haben. Ich kann nicht nach unten scrollen. Ich kann ja drücken. Das geht nicht. Es geht for real nicht. Äh... ...Warum nicht? Ist das ein Bug? Hö, jetzt geht's! Hä? Okay, das war wohl ein Bug. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, Konzentration. Ähm... Superkommel Vollhallen. Zur Sicherheit einen Top-Trank benutzen dafür. Mal gucken, wie viel Farigiraf aushält. Leider kann ich Farigiraf den Splend nicht sehr oft nutzen. Schade eigentlich. Aber hey, das hat gleich mal so viel Damage gemacht. Vielleicht kann ich es ja jetzt... ...gegen... ...Brüschweif... ...ordentlich schön einsetzen. Setz mal Knirsche ein. Ja, seht ihr, es macht nicht so viel Damage. Okay. Nein. Das hast du mal lieber. Das bringt auch rein gar nichts. Ich glaube, ich riskiere es. Und switche direkt rüber zu Super. Ich riskiere es, ja, ganz ehrlich. Ich riskiere es einfach. Du, 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 du. Das schlimmste, was ich machen kann, ist, mich one-hitten. Aber das dachte ich mir schon, dass es mich maximal bis zur Hälfte bringen würde. So. Ich bar mir mein, äh, Crystallizing noch auf, falls ich es wirklich brauche. Was, so wenig? Nein. Nein. Okay. Ähm. Ich habe immer noch Vertrauen, mein Starter. Ich glaube, dass er das am, vielleicht sogar am besten bringen kann. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was ich gegen Polos machen soll. Das Ding, was wir am meisten gesehen haben, macht uns am meisten Ärger. Und Geist, habe ich gesehen, ist sehr effektiv. Soll ich mal in meinem Plan. Aber das Ding hat wahrscheinlich irgendeine Geistattacke, oder? Oh, es trifft nicht. Das ist wunderbar. Das haben wir gebraucht. Würde. Oh, wenn ich jetzt Spukball hätte, dann wäre es down. Einmal noch. Einmal noch. Nein. Okay. Ja, wir haben es. Zack. Boom. Was ist ihr letztes Pokémon? Was ist ihr letztes Pokémon? Irgendwas krasses. Irgendwas richtig heftiges wird es sein. Ein Donnersichel? Also wegen dem Namen Donner wird es wahrscheinlich ein Elektropokémon sein, oder? Schnapp mal drin. Als es läuft nach meinen Berechnungen, als es schon gibt, dann ist es bei Null. Bonnersichel. Wow. Brutalander. Endlich hat es die Megaentwicklung nie es verdient. Jetzt mal ohne Witz. Ach ne. Brutalander hatte ja schon eine Megaentwicklung. Das war ein anderes Pokémon. Egal. Vergiss es einfach. Aber wow. Das Ding wird wahrscheinlich Drache Donner. Also Drache Elektro meine ich. Das ist jetzt meine Vermutung. Ist aber auch nur eine Vermutung. Und es crystalized nicht. Aber es macht so schon One-Shot. Nach 67 auch. Meine Rechnungen waren korrekt. Würde es aufgeben. Ich habe nichts mehr. Ich habe nichts mehr. Und es hat auch noch Erdbeeren. What the hell? Das Ding ist okay. Eventuell rette ich super. Ich opfere jetzt meinen Pokémon. Was soll ich sonst tun? Ich habe das Gefühl, das ist super. Das ist ein Aushält. Aber es ist ja mein Tank. Ehrlich? Wow. Okay. Ich hätte da die Runde heilen sollen. Okay. Ich gebe es zu. Das war halt dumm von mir. Ich habe gedacht, vielleicht bin ich schneller. Oh, verdammt. Erdbeeren wird nichts bringen. Ich meine. Wird es treffen? Ich denke tatsächlich nicht, dass es treffen würde. Oh, war es das effektiv gegen mich? Verdammt. Okay, ich überlege kurz, was ich mache. X-Beliebiges. So, ich habe jetzt hier Max mal mitgebracht in den Talk. Soll ich mir ein bisschen helfen. Da meint ihr das als Delphi-Mann beleben. Dann zerteilten. Delphi-Mann den Attack überlebt. Das Ding ist Drache-Unlicht, hast du gesagt. Drache-Unlicht ist das. Soll ich einen Angriff versuchen? Nein. Am besten belebe ich ein X-Beliebiges Poco wieder. Nicht mit einem Top-Beleber, mit einem normalen Beleber. Okay, egal wen. Am besten Belly-Boys. Am besten Belly-Boys wegen Beulenhelm. Ah, stimmt, stimmt. Das ist eine gute Idee. So, jetzt gehe ich down, weil das Ding mich immer killt. Aber Delphi-Mann ist das Gefühl der Einzige, der zwei Hits aushält. Ja. Nichts mehr, Leibold-Wechsel? Nein, sie teilt den Wendern. Aber egal, du jetzt da, ähm, Delphi-Mann wiederbeleben. Kann nicht angreifen, Belly-Mann. Top-Beleber oder Beleber nur? Top-Beleber, Top-Beleber. Ich habe nur noch vier von denen, das muss reichen. Äh, das Ding killt mich jetzt, aber es kriegt wegen Beulenhelm ein bisschen Damage. Nein, das ist nicht, weil es halt abdehnen. Okay, das ist mies. Scheiße. Das ist, das ist mies. Aber ich jetzt auch egal, weil eigentlich willst du, jetzt nimmst du Titan, jetzt nimmst du Titan. Okay. Und du setzt einen Eissplitter ein. Ja, aber Eissplitter ist ja Priority-Attack. Ja. Ja, das ist gut, das macht gut Damage. Ja, ja. Das hat mich verfehlt. Komm, critis, critis, critis. Nein. Jetzt kannst du auch mit Düsen hier bis jetzt auch besiegen. Okay, dann mache ich das. Okay, danke für deine Hilfe. Danke an Max, weil du das im Video schaust. Für deine Hilfe. Ähm. Ja. Das Ding ist krass. Von dem Ding habe ich massiv Respekt. Das ist echt krass, das Ding. Aber wir haben es irgendwie noch geschafft. Irgendwie noch geschafft. Mit ganz viel Glück und ganz vielen Items. Das war ein langer Kampf. Aber wir haben es geschafft. Irgendwie. Jetzt haben wir drum wie ein Elmetronic. Michael! Der kommt ein bisschen spät, ne? Was in aller Welt ist das? Und? Hast du alle starken Gegner gefunden bis jetzt? Du... Wer oder was bist du? Vielen Dank. Die Zeitmaschine ist gestoppt. Und somit auch ihr Traum. Mama. Nein. Das kann nicht sein. Oh. Du bist so erwachsen geworden. Ich bin stolz auf dich. Mein... Entschuldige, dass du so lange alleine... Allein... Äh... Alle... Bäh... Machen wir! Anomalie im Sicherheitssystem erkannt. Anomalie im Sicherheitssystem erkannt. Zeitmaschine ist in Gefahr. Zeitmaschine ist in Gefahr. Oh. Oh nein. Was passiert hier? Hier. Kommt jetzt etwa noch eine Arme aus Pokémon? Das... Das kann nicht sein. Eine Funktionsstörung der Zeitmaschine wurde festgestellt. Paradies-Schutzprotokoll wird ausgeführt, um die Störungen zu beseitigen. Was? Wie werden jetzt die Professoren gegangen, um die Deaktivierung der Zeitmaschine zu stoppen? Alle Pokémon, die nicht Professor Antiquas ID aufweisen, werden gesperrt. Oh. Wie? Was soll das heißen? Programm wird initialisiert. Terra-Christian Energie wird eingeleitet. Derzeit... Das ist schon viel für euch. Lauft. Antiqua KI wurde überschrieben. Paradies-Schutzprotokoll ist aktiviert. What the hell? Alle Störungen werden eliminiert. Die Antiqua KI von... Das Paradies-Schutzprotokoll kommt von sich heraus. Ja, das war ein richtig cooler Affekt. Warte, noch ein Kampf?